hallo und herzlich willkommen bei whisky.de dem treffpunkt feiner geister und heute haben wir wieder einen jack daniels tennessee whisky auf dem fass und jack daniels als tennessee whisky ist ja so die ausnahme in amerika tennessee whisky kennt eigentlich nur jack daniels und noch ein zwei andere marken und ich gehe mal so ein bisschen darauf an was ist tennessee whisky man kennt es als den bourbon plus den linken county process also frische fässer 51 prozent korn aus mais gemacht dann verschiedene brennstärken sind noch definiert und abfüllstärken und dass es natürlich im staate tennessee hergestellt wird das wird natürlich nur von der amerikanischen regierung beziehungsweise im staat tennessee so festgelegt aber es gibt auch noch andere länder die das sogar anerkennen denn im nafta agreement also dem north american free trade area da wird auch der tennessee whisky festgelegt das heißt auch in kanada kann man nicht ein tennessee whisky herstellen ohne gegen das gesetz zu verstoßen aber ein bisschen auf die aktuellen geschehnisse eingehen nafta steht ja so ein bisschen auf der kippe also könnte das auch in zukunft so sein dass kanada wieder ein tennessee whisky herstellen könnte aber natürlich dann nicht nach usa verkaufen ja gut ein bisschen wer aktuelle geschehnisse was ich auch noch ein bisschen recherchiert habe ich habe zwar eigentlich eine andere richtung recherchiert aber dann herausgefunden als habe es warum haben die amerikaner eigentlich so viele columns warum haben die keine brennereien mit normalen brennblasen das liegt daran dass columnstills einfach um einiges wirtschaftlicher sind aber in schottland können sie das ganze auch wirtschaftlich machen liegt daran dass das steuersystem in amerika anders war und das natürlich auch verschiedene einschneidende ereignisse stattgefunden haben die das ganze sich verändert haben also irgendwann 17 18 jahrhundert sind die ganzen leute von pennsylvania sehr stark nach kentucky gezogen und haben dort dann den bourbon gemacht und auch nach tennessee und dort haben sie den tennessee whisky hergestellt während der prohibition also 1818 nach ende des zweiten weltkriegs sind dann ja alle im grunde eingegangen alle brennereien bis auf die paar die medizinischen whisky hergestellt haben und dann als die prohibition wieder aufgehört hat haben wieder brennereien angefangen wieder aufzumachen aber die haben aufgemacht und es sind mehr brennereien aufgegangen als wir jetzt haben später beim nächsten krieg weil die einstellenden erlebnisse sind immer wieder der krieg war dann der krieg von 1963 also der bürgerkrieg hat linken eine steuer eingeführt und zwar wieder eine brandweinsteuer und die hat auch alle brennereien wieder hart getroffen und es war wieder so in die richtung dass die großen hersteller davon vorteil hatten und die kleinen hersteller davon einen nachteil hatten und deswegen sind wieder mal nur die hersteller die einen großen economies of the scale hatten haben überlebt und so sehen wir dann wie sich dann die amerikanische whisky kultur richtung großballereien bewegt hat die wir heute kennen ja gibt einen kleinen gegen trend jetzt aber ja wir kennen eigentlich die großen und das ist eine davon ist natürlich jack daniels und wie wir ihn kennen und lieben genug geredet über hintergrund die flasche ich finde die flasche immer sieht immer super klasse aus möchte hier so dazu sagen goldenes label und dann diese schöne quadratische form und oben gibt es hier auch direkt die nummer barrel number und bottling date was ich beeindruckend finde ist also die haben es müssen es irgendwie geschafft haben den whisky zwei wochen nachdem sie ihn abgefüllt haben dass der bei mir auf meinem schreibtisch gelandet ist weil der steht schon zwei wochen rum und das ist jetzt ungefähr einen monat vom bottling date entfernt noch 2018 wahnsinn also die amerikaner sind im abfüllen und verschicken sind sie wirklich flott ja klasse was hat der whisky jetzt besonderes also es ist ein single barrel mit barrel strength also 64,5 prozent alkohol das ist eine ganze menge also ich glaube ich habe wenige whisky getrunken die stärker waren also jetzt mal aber abgesehen von diesen ganzen puccin und roh brennen und sowas glaube ich müsste das der stärkste whisky sein den ich bis jetzt probiert habe korrigiert mich wenn ich da schon mal irgendwo mal einen stärkeren probiert habe und ich werde heute mal ein bisschen wasser hinzufügen weil 64,5 ist selbst für mich ein wenig zu heftig also 55 geht noch darüber wird es dann schon ein wenig unangenehm wow wow der ist richtig richtig süß karamellig ja also da riecht man den braunen zucker aber selbst jetzt noch mit der verdünnung merkt man der hat richtig alkohol also mit mehr mit der nase tief rein geht schon riecht man den alkohol auch aber es interessant wie also wenn man die farbe sich anschaut ich habe ihn schon verdünnt er ist extrem stark gefärbt und das kommt alles vom frischen fass ja und er ist er ist auch schon ein stückchen würzig also man merkt wenn man den whisky länger in den fässern drin lässt dann kommen da auch die tannine und die wird gewürze aus dem fass raus selbst bei den jungen amerikanern die kein alter drauf schreiben ja wahnsinn also da ist wirklich schon eine würzige note drin wahnsinnig intensiv hoch also intensiv süß vanillig mit einer ganz leichten räuchernote am ende also so so eine sparen räuchernote jetzt nicht die sparen die man im smoker hat für einen halben tag sondern die normal gemachten sparen die man so auf den grill schmeißt so eine leichte räuchernote ein bisschen leichter als bei den sparen klasse aber hat schon immer noch ganz schön umdrehungen zwar schon kräftig rein geschüttet an wasser aber er hat immer noch richtig dampf dahinter also 64,5 aber nicht umsonst also wer immer so kennt ja jack daniels der amt angestellen whisky jack daniels der road number seven ist natürlich einer der einsteiger whisky also einer der preiswertersten whisky's und das hier ist jetzt die version davon bloß viel 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 mehr kraft dahinter war wirklich interessant ja wen es interessiert wer mal so den richtig den kräftigsten jack daniels haben will den er jemals getrunken hat nicht den süßesten den kräftigsten der sollte sich mal bei whisky.de umschauen bei uns gibt es die natürlich direkt im shop zu kaufen vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal Qin ja go 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 go